Wie wirkt die Mämon-Technologie bei Feinstaub? Die Mämon-Technologie sorgt in Innenräumen dafür, dass sich die Feinstaubpartikel anziehen, dadurch schwerer werden und zu Boden sinken. So können sie nicht mehr eingeatmet werden. Diese Wirkung konnte die Mämon-Technologie in einer Vielzahl von wissenschaftlichen Luftionen und Feinstaubmessungen belegen. Die Mämon-Technologie erzielt diese Wirkung, indem bestimmte Informationen auf das elektromagnetische Feld des jeweiligen Objektstromes moduliert werden. Diese Modulation bewirkt eine Veränderung der Qualität der Auswirkung des elektromagnetischen Feldes auf die Oberflächenladung von Luftionen in Innenräumen. In Messungen konnte gezeigt werden, dass die Anzahl Konzentration der Luftionen steigt und an diese Ionen gebundene Feinstaubpartikel einander wieder anziehen und, wie es in natürlicher, von elektromagnetischen Feldern unbeeinflusster Umgebung normal ist, zu Boden sinken. Diese Feinstaubpartikel können nicht mehr eingeatmet werden.